So, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde Bitcoin bei 51.900 US-Dollar. Ich habe erste Teile von meiner BTC-Hodl-Position gestern bereits verkauft. Wieso, weshalb, warum, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Außerdem dichten oder fertigten sich langsam doch die Zeichen, dass es möglicherweise doch nochmal etwas tiefer gehen könnte. Nicht nur am Kryptomarkt, sondern auch an den Stockmärkten. All das werden wir uns auf jeden Fall heute nochmal ein bisschen genauer angucken. Wir werden natürlich auch mal einen kurzen Blick auf die Stockmärkte werfen. Was macht unser Goldtrade, der sich leicht erholt, so wie es derzeit aussieht. Und die anderen Märkte. Das werden wir uns alles auf jeden Fall anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne mal einen Kommentar da lassen, damit der Algo hier ein bisschen gepusht wird. Und ja, wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Dort kriegt ihr immer die neuesten Infos, kriegt auch mal Signale und sonst was. Also kommt da gerne rein. Gestern habe ich dann, wie gesagt, meine ersten Teile BTC verkauft. Also da kriegt ihr die aktuellsten Infos. Außerdem, wenn ihr traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort kriegt ihr momentan, wenn ihr 50 US-Dollar einzahlt, kriegt ihr 50 US-Dollar als Trading-Bonus. Also meldet euch gerne an mit dem Link unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Bitcoin weiterhin unaufhörlich nach oben in Richtung 51.900 US-Dollar, wo wir derzeit traden. In der Spitze waren wir sogar bei 52.600 US-Dollar. Also, der Kurs kennt momentan nur eine Richtung. Der Short, den wir gestern gesprochen haben, ja, absolut unnötig. Wir sind durchs Golden Pocket erst einmal nach oben hindurch gebrochen. Volumen-technisch gehen wir derzeit ein bisschen nach unten. Wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen auf den Daily-Chart an. Da sieht es eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Also kleinere Timeframes, eigentlich wäre meine Korrektur derzeit wirklich notwendig. Die größeren Timeframes sagen uns aber eher so, okay, nee, hier findet schon sehr, sehr viel Volumen statt. Und vor allem, wenn wir mal so ein bisschen den Vergleich ziehen, wenn ihr das mal hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das so genau seht, so jetzt vielleicht besser, haben wir auch damals unser Bottom mit sehr, sehr viel Volumen gebildet. Die ganze Aufwärtsbewegung, die hier stattgefunden hat, was mich immer noch ein bisschen skeptisch macht, aber gut, sei es drum, mit überhaupt keinem Volumen. Und jetzt erst seit die ETFs dann hier wirklich wieder, oder seit diese ganzen ETF-News kommen, seitdem ist das Volumen auch wieder kräftig angestiegen. Und der Inflow, beziehungsweise ja, Inflow in die ETFs ist weiterhin positiv. Ich habe euch ja die Statistik gezeigt, gestern waren es, glaube ich, knapp 500 Millionen. Bitcoin mittlerweile ein One-Billion-Dollar-Asset, also ist richtig, richtig krank mittlerweile, was hier wieder abgeht. Wir sind durchs Golden Pocket, aber, und das ist ganz wichtig, bleibt hier auf dem Boden. Ich habe gestern in die Telegram-Gruppe dazu geschrieben, dass ich meine ersten 5% bei meiner HODL-Position verkauft habe. Vielleicht werde ich hier auch nochmal 5% nachschießen. Das sind alte Positionen, also das heißt aus 2020, 2021, die sind sowieso steuerfrei. Deswegen habe ich jetzt einfach mal den Step gemacht und wir befinden uns halt weiterhin hier einfach in gefährlichem Territorium. Hat damit zu tun, wir befinden uns hier in diesem Golden Pocket. Ich habe gesagt, wenn wir die Woche drüber schließen, dann kann es von mir aus auch Richtung All-Time-High gehen. Dann spricht eigentlich erst einmal durch die ganzen ETFs etc. sehr, sehr wenig dagegen. Zweiter Punkt, the trend is your friend until the end. Ihr kennt den Spruch, solange wir weiterhin höhere Hochs bilden, ist das auch alles okay. Aber ich möchte das bis Ende der Woche sehen und dann entscheide ich, ob ich vielleicht doch nochmal 5% raushaue. Und dann, wie gesagt, erst bei 45.000 US-Dollar wieder das Akkumulieren anfangen. Das habe ich gestern auch noch zugeschrieben, ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Wichtig auch, Altcoins bleiben momentan alle so, wie sie sind. Und ich werde noch keine Altcoins verkaufen. Ihr kennt die Strategie, nach 100% Pump wird mein Einsatz rausgenommen. Das bleibt. Aber ich habe bisher noch keine weiteren Altcoin-Positionen verkauft. Weil normalerweise, wenn Bitcoin Pump kommt, früher oder später in Altcoins hießen. Und die warte ich dann ab und dann werden die ersten Verkäufe getätigt. Nur mal so als kleine Randnotiz zur Erklärung. Auf jeden Fall, wir haben jetzt noch grundsätzlich Luft bis hier oben, 53.300 US-Dollar. Das wäre so der nächste Halt von dieser Ineffizienz, die hier noch vom 2. Dezember 2021 offen wäre. Also da können wir uns auf jeden Fall jetzt noch in den nächsten Stunden möglicherweise hinbewegen. Aber, so, jetzt kommt das Aber. Es gab gestern, wer hat es in die Gruppe gepostet? Ben. Das ist schon mal so dieser erste kleine Punkt, wo ich mir Gedanken machen würde, dass es möglicherweise zu einem kleinen Crash kommen könnte. Ist nur so eine kleine Idee von mir. Außerdem gab es bestätigt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube es war bestätigt, dass auch Amazon-Gründer Jeff Bezos Amazon Aktien verkauft hat. Dass Elon Musk Tesla Aktien verkauft hat. Also da steht schon relativ vieles im Raum, was auch dazu führen könnte oder warum er jetzt mal ein bisschen aufpassen sollte. Deswegen auch so ein Punkt. Ich bin eigentlich relativ zufrieden damit, hier erstmal Gewinne genommen zu haben. Würde ich das shorten? Nein. Wie gesagt, Trend is your friend until the end last. Ich bin jetzt auch komplett erstmal hier weg, was Shorts anbelangt. Ich warte weiterhin. Wir haben immer noch die Position von 40.700 US-Dollar offen. Also hier unten liegt momentan unsere Position, wo wir unseren Long offen haben. Die ist unglaublich, ich muss mal ganz kurz gucken, prozentual 27. Also mit einem Fünferhebel sind wir 135% im Plus derzeit zumindest. Ich will diese Position noch verdoppeln. Ich suche hier nur momentan einfach noch ein bisschen nach einem geeigneten Zeitpunkt. Sollte es wirklich irgendwie zu einem Crash oder einer kurzfristigen Korrektur kommen, sollten wir auf jeden Fall mal hier den Bereich 45.500 bis weiterhin 44.000 US-Dollar im Blick behalten. Das sind so die Bereiche, da kann ich mir vorstellen, okay, da verdoppeln wir unsere Position spätestens, also irgendwo in diesem Preisbereich, um dann möglicherweise so eine Art Doppeltop zu bilden. Sollten wir einen Wochenabschluss drüber machen, dann werde ich sowieso da spätestens irgendwo hier in dieser Region die Position verdoppeln. Also Plan steht auf jeden Fall noch. Wir sind absolut ultra bullish derzeit, auch wenn der RSI und das Volumen mir etwas Gedanken macht. Also so von der ganzen Bewegung, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, sehen wir hier einfach, die Divergenz, die wir hier sehen, ist klar ersichtlich. Dann haben wir auch immer noch das Volumen, was natürlich auch deutlich, deutlich nach unten hingeht. Man muss aber auch dazu sagen, der ganze Run ist natürlich auch erst einmal durch die ganzen ETFs auch geprägt. Auch ein wichtiger Punkt. Durch eben die ganzen ETF-Inflows braucht man natürlich auch nicht so viel Volumen, um den Kurs zu bewegen. Dann geht er halt einfach nach oben. Und solange, wie gesagt, der Trend intakt ist, läuft es alles. Deswegen, wir haben bearische Anzeichen. Ja, aber würde ich shorten? Nein, lass die Finger davon. Wir versuchen die Position eher zu verdoppeln. Wie gesagt, die grüne Box hier, das ist unser Punkt, wo ich sagen würde, da können wir gerne nochmal verdoppeln. Ansonsten Short, lass die Finger davon. Gut, erstmal jetzt genug ausführlich gequatscht. Jetzt mal rüber zu Ethereum. Ethereum war auch Short absolut dumm. Oder habe ich ja sowieso nicht gepostet, aber hat keinen Sinn gemacht. Wir haben eine 4-Stunden-Candle über diesem hoch geschlossen. Ziel war eigentlich Liquidität abholen und dann nach unten hinbrechen. War nicht so, deswegen hier auch kein Short-Signal gewesen. Auch hier gleiches Spiel, wir pumpen weiter nach oben. Und das Ziel wahrscheinlich sehr, sehr klar. Nächster Step hier oben, die 2.870 und dann sogar knapp die knapp 3.000 US-Dollar-Marke. Warum? Wir haben die Ineffizienz hier jetzt erst einmal geschlossen, hier nach drüben. Wir sind jetzt hier in der größeren Supply-Zone auf Daily-Sicht. Wenn ihr euch das hier mal anschaut, das ist die Supply-Zone hier in diesem Bereich. Die könnten wir auf jeden Fall nochmal durchbrechen. Danach wartet schon das Golden Pocket hier bei 3.300 bis 3.500 US-Dollar. Glaube ich derzeit nicht, dass wir das uns holen. Bin ich momentan nicht davon überzeugt. Wie gesagt, für mich dichten sich langsam so ein bisschen diese bearischen Anzeichen, die mir ein bisschen Sorgen gemacht haben. Auch natürlich, dass die VPI-Daten leicht angestiegen sind. Dann die Insider-Verkäufe von Jeff Bezos, Elon Musk und sowas. Macht mir es etwas schwerer, momentan daran zu glauben, dass wir hier noch einen Mega-Push nach oben hin sehen. Ansonsten gleiche Anzeichen wie bei Bitcoin. Bearish Divergence auf den kleineren Time-Force-Volumen sinkt hier langsam. Der Widerstandsbereich nähert sich, aber wir haben bei Ethereum noch ein bisschen mehr Luft, würde ich jetzt mal behaupten, als bei Bitcoin. Funding-Rates übrigens noch, absolut normal. Also auch hier müssen wir keine Panik schieben. Das Einzige, was ein bisschen nach oben hingegangen ist oder deutlich nach oben hingegangen ist, ist das Open Interest. Ansonsten gehen wir mal rüber zu unseren Trades. Gold, wie gesagt, haben wir ja verdoppelt. Da tut sich derzeit überhaupt nichts. Also weiterhin hier ein bisschen Gammler-Phase. Bin ich, wie gesagt, langfristig sehr, sehr bullisch, was das Ganze anbelangt. Ich werde jetzt auch dann langsam mal bei Nell, also New Eternal Life, auch nochmal Gold bestellen. Und ansonsten, wie gesagt, warten wir jetzt hier mal bis hier die Gegenbewegung kommt. Das gleiche Spiel auch beim Euro gegenüber US-Dollar. Hier haben wir zwar jetzt schon einen schöneren Boden gefunden. Warte ich jetzt aber jetzt mal hier noch ein bisschen ab, weil wir genau am Pivot S1 derzeit sind. Also hier keine neuen Trades geplant. Gold läuft long und short. Euro, US-Dollar long ist auch geplant. Und die Stockmärkte, wenn wir uns die mal angucken, da habe ich ja gesagt, vor allem auf den Dow Jones, diese Woche mal einen Blick werfen. Und da sind wir auch noch zu weit entfernt, um hier irgendwie einen Short reingehen zu können. Ansonsten, News-Technisch steht heute, glaube ich, nichts an in der Gruppe. Wenn noch irgendwas ist, werdet ihr es da auf jeden Fall am schnellsten erfahren. Und ansonsten, ja, nehmen wir heute Abend wieder Podcast-Folgen auf. Also ab morgen geht es dann wieder los. Vielen, vielen Dank auch nochmal. Ich habe es, glaube ich, gestern gepostet in der Talk- und Signal-Gruppe, dass wir kurzfristig oder immer noch, ich weiß es gar nicht, unter den Top 200 Podcasts in Deutschland waren. Also sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, ja, wünsche ich euch einen schönen, entspannten Tag. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Telegram-Gruppe joinen und schauen wir mal, wie lange die Reise noch so geht. Bis dahin, wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Und ja, bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.